Mich hat dazu bewogen, im Spital Ceresau zu arbeiten, dass es ein sehr kleines, überschaubares Spital ist. Wir haben hier sehr angenehm und zufriedene Patienten. Und was auch sehr schön ist, ist, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben, interdisziplinär. Man kennt sich im Spital und es ist ein schönes Zusammenarbeiten. Unser Team besteht aktuell aus sieben Personen. Wir sind also ein kleines Team und aufeinander angewiesen. Man muss menschlich, medizinisch, technisch, hygienisch alle Anforderungen erfüllen können. Und die haben auch alle eigentlich eine gleiche Wichtigkeit. Das Spannendste an unserer Arbeit ist, dass wir mit unterschiedlichen Fachgebieten arbeiten. Wir haben verschiedene Untersuche, verschiedene Instrumente. Es ist sehr, sehr schön, dass wir eine Kombination von technischen Fertigkeiten haben und eben auch ganz intensive Patientenbetreuung. Wichtig ist einfach, dass man neugierig ist, dass man eine schnelle Auffassungsgabe hat, dass man ein gewisses Verständnis mitbringt für das Technische. Ja, und dann kommt es ganz sicher gut. Das Spannendeventure Wort. Wenn es die Kiel gemacht hat, kann man den Fertigständ von nem watery funktionieren. Frage Bis zum nächsten Mal.